Heute Abend um 23 Uhr ist es offiziell soweit Großbritannien tritt aus der EU aus. Wir stehen hier am Parlamentsplatz unter der Churchill-Statue. Hier stehen auch die Leute, die das Ereignis heute Abend feiern. Wir hören uns mal ein bisschen um, wie die Stimmung ist. Ich habe eigentlich gegen den Kommen-Market gewählt, weil ich dachte, wir sollten mit dem Kommen-Welt betrachten wir mit dem Kommen-Welt. Mit Freunden und Relativen über den Brexit. Mein Bruder ließ das Ergebnis. Und er und ich haben nicht gesprochen, für ein paar Monate. Warum bist du hier heute? Für den Brexit. Was bedeutet Brexit für dich? Für die Demokratie. Wir haben alle in diesem Land gewählt, ob wir bleiben oder verlassen. Und wir verlassen haben. Und wir haben die Remainers versucht, alles zu machen, um uns zu verlassen. Aber heute, wir verlassen. Und deswegen bin ich hier, um es zu feiern. Und um es zu sagen, das ist es. Ich liebe Europa, aber ich mag nicht sein, dass ich ein Mitglied der EU-Statue. Und es ist so einfach wie das. Heute, wir verlassen die EU-Statue. Warum bist du auf der EU-Statue? Weil es Zeit für die EU-Statue ein Ende der EU-Statue. Es ist wie ein Nazi-Regime. Wir versuchen, die ganze Europa zu übernehmen. Wir lieben unsere europäische Freundschaften und Länder. Wir haben einfach nicht die EU-Statue. Sie sind kontrolliert. Es gibt keine Demokratie dort. Wir wollen unsere Freiheit und unsere Fischerien zurück. Es ist Zeit für die England-Uniteden-Kinder wieder. Just wie Donald Trump ist für Amerika. Warum wollen wir Brexit? Wann wollen wir es? Jetzt! Two lines auf, ihr Gates!